So Leute, wie wir jetzt gesagt haben, äh, Dingsen, jetzt hier, ne? Tyrannic gegen Orks. Ja, genau, ich hab's voll vergessen gerade eben, obwohl's da oben zu sehen ist. Aber ich muss, mach mal kurz Pause. Ich kann das Spiel pausieren. Schau, okay? Nee. Nee, ernsthaft nicht? Nee, ich ruf weiter. Oh. Was ist das denn hier eigentlich alles, was ich hier oben machen kann? Oh, guck mal, ich kann Kriegsnebel... Hast du echt jetzt pausiert? Nee, irgendwie, wieso kann ich nicht pausieren? Hast du jetzt ausgemacht? Ah, so kann man pausieren. So, ich muss mal, ich muss kurz was nachgucken. So Leute, genug Platz hab ich auf der Festplatte. Also, geht's los. Oh, oh, oh. Guck mal, die Orks haben die Gruppe schneller raus. Ja. Aber, die Tyraniden müssen schneller sein, ne, glaub ich? Die Einheiten, oder? Na, ich hoffe doch. Bin ja für die Tyraniden. Ach, ich weiß nicht, ich mag... Also, die haben auch Permaganten hier, wie. Ja, ich mag beide. Das ist von irgendwie... Ich weiß nicht, wie will ich sein soll. Wow. Ich mag die Tyraniden. Das ist wirklich laut. Was? Oh, der Lektor. Ah, ich weiß nicht, mag Orks... Oh, Lektor? Gegen Orks gerade? Naja, der hat eine Krise schon. Wieso ist das so laut? Was sie sagen. Das geht ja mal gar nicht. Bau wird begonnen. Punkt erobert. Wieso ist das so laut? Da kommt der Kommando, boah. Boah, erst mal, warte kurz. Ich muss erst mal hier... Entschuldigung, Leute, aber das ist ja echt mal laut. Spröchen. Wenn die immer einen Punkt einnehmen, weißt du? Das hat bei mir saugedröhnt eben. Ja, jetzt geht's. Ist schon besser. Ja. Ja, aber übelst. Vorher war es nicht so, beim letzten. Ich hab nichts dran geändert, also. Oh, die Tyraniden haben einen Punkt. Und die Tyraniden, die den zweiten ein. Orks, du nimmst doch den verdammten Punkt ein. Die Orks laufen alle am Punkt vorbei. Ach, Mann. Generator wird hinzugefügt. Oh, ne? Wow. Wie, na, Toren haben die schon? Oh, oh, oh. Geht, ne? Ja, wow, wie viele... Wie viele Ballerboys die sich machen. Ja. Die Orks. Ja, aber guck mal, die Orks, die Orks nehmen ihren Punkt nicht ein. Wo ist er? Da, die laufende sich mal vorbei, nehmen die nicht ein. Jetzt kommt der Renato. Ja, ja. Ja, der kriegt aber ganz schön Probleme, wie die Wendung. Guckst dir an. Das ist nur ein Ballerbeutrück. Ja, guckst dir an, was er für Probleme ging, die hat. Die machen den ganz schön kaputt. Und da kommen die nächsten, da kommen Stormboys. Uh, er ist weggezogen. Ne? Aber wieso nehmen die Orks nicht ein, verdammt? Ja, 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 ja. Stufe 2. Oh, jetzt alle 3. Oh, Gott. Ich glaub, das wird wieder sehr einseitig, oder? Vielleicht. Hm, ich glaub schon. Weil die Orks den Punkt nicht einnehmen. Geh mal, die laufen da ewig vorbei. Hm, schön schlecht eigentlich. Was ist mit denen los? Das ist Experte. Die müssen wissen, wo die machen. Nee, ja, ist da so. Oh, die Arme. Oh, das ist nicht mehr so. Und die Tyraninen schwingen eine Klippe hoch. Oh, da, die Stormboys. Haben kaum Schaden gemacht. Der, der, der steht ja daneben. Der Kommando-Boss steht neben den Punkten, neben die die ein. Och, man. Oh, ich geh nicht. Und die Stormboys rein. Ich sprung. Die Stormboys sind cool. dann dass sie ihre Kette auf dem Rücken und bloß die klar jetzt ist die Stufe 2 jetzt geht's los ja aber die wieso nehmen die Orks nichts einverdammt Orks ihr müsst was einnehmen oh, Biozidbrot Tyrantenwache oh, das ist böse das ist böse die Orks sind am Arsch jetzt die Symbionten und die Tyrantenwache ist ganz schön krass die Biozidbrot oh, guck mal, jetzt nehmen sie ein die Orks haben angefangen einzunehmen, Rojo was? ja unglaublich ein Mech ist gestorben aber das wird jetzt nichts mehr, glaube ich für die Orks, oder? ja außer außer wenn jetzt oh jetzt nehmen die Orks den zweiten Punkt ein vor den Tyraniden weg vorne vor den Tyranidenlager, das ist der Punkt der am liebsten ja, jetzt kommen die Türe die Biozidbrot nee, die Schümbionten oh Spornminen haben die wo sind die Spornminen? da sind sie und Orks geht im Nahkampf gegen die Spornminen, Rojo guck dir das an sehr enorm und die Spornminen ziehen sich zurück ja, laufen weg aber irgendwie nehmen die Orks keinen Schaden gegen die oder wenig Schaden guck dir das an jetzt haben die Orks zwei Punkte eingenommen wow oh, die Orks die Orks kontrollieren die Karte guck mal die Orks machen gerade Stufe zwei oder einer ja, aber zwei machen Stufe zwei und guck dir das mal an die Orks kontrollieren gerade die Karte irgendwie guck mal, wie viele Orks da sind und wie viele hier ist das ist ja mal krass die haben es ja mal gewählt die sind irgendwie alle komplett auf dem Rückzug die Tyranidenlager ja, echt aber guck dir das mal an ja, die sind alle bei sich aber wieso du mir an, wie viele das sind ja, guck mal die Orks auch an wie viele die auch haben die mal einen konzentrierten Angriff machen dann überrollen die alles ja, aber guck mal das sind die hier die Thermagund und Hormagunden halten nicht viel aus da halten die Orks mehr aus aber die Masse macht die Streitkräfte eines Verbündeten werden angegriffen da Würmer sind auf mir da Würmer sind auf mir hehehehe ach geil, hast du das auch gehört an was der Ork eben sagt? ne, ne von mir hat gerade irgendwie Moshobeu gesagt, also da Würmer sind auf mir hehehe, total geil oh, die Orks nehmen den dritten Punkt ein, Rojo oha oh, oh, oh aber die gehen mal ab der Venator der tagt gerade auf Stufe 3 ja, ich sieh's gerade hm das könnte vielleicht doch knapp werden, oder? überlege dir mal wenn denn Carnifex rauskommt ja, aber guck mal wenn die Orks auf Stufe 3 gehen dann guck mal, was die jetzt gemacht haben am Ende am Ende der Stufe 2 oder so kurz vor 4 zu 3 gegangen sind dann haben die sich erstmal alle zurückgezogen guck mal, was die Orks denn alles eingenommen haben in der Zeit guck mal, wie sie jetzt wieder über die Seite spammen ja, Orks sind auf der anderen Seite was für ein Push aber die haben auch alle drei Punkte gerade die Orks ja das hatten die Tyran- ja, das hatten die Tyraninen ja, die Tyraninen hatten immer nur zwei Punkte oh, aber die gehen alle auf Stufe 3 jetzt gerade und die Orks haben haben nur Mosher-Boys und Baller-Boys wenn ich mich nicht irre und Storm-Boys ja, Storm-Boys, stimmt aber mehr auch nicht oh, guck mal die Tyraninen wollten gerade oder versuchen gerade hier ein Ork-Lager einzunehmen aber das wird nichts und die Tyraninen nehmen ihren Punkt nicht ein im Moment ausgleichende Dummheit aber irgendwie ist nicht gerade so ein richtig schöner großer Kampf dass alle aufeinander losgehen die Armeen aufeinanderbreiten oh, ein Guard-Board-Rocher ist unterwegs und Stufe 3 beim ersten Ork der macht Aua Guard-Board ist böse das ist knapp, das ist knapp das ist gegen die Tyraninen richtig böse weil die haben nur nur normale Infanterie für knapp das Spiel ja das kann echt knapp werden da ist er aber jetzt nehmen die Tyraninen nicht ein dann wird es nicht allzu knapp werden nicht einnehmen ja, wir sind doof eigentlich ja, wir haben die Orks in der ersten Zeit auch gar nicht eingenommen oh, der nächste Guard-Board, Rojo ein Guard-Board ist fertig wo ist er? wo ist er Guard-Board? ich will ihn sehen da ist der Guard-Board im Schwamm können nun neue Organisten exorbit werden aber die Tyraninen sind jetzt alle Stufe 3 auf Maximum naja, mal sehen vielleicht haben die Orks die bessere Kombination zwei noch auf Stufe 2 die schon Guard-Bots machen ja, ich glaube die Tyraninen oh, Carnifex ja Carnifex, jawohl ist unterwegs Hauptsache, es knallt ja, aber guck mal es sind zwei Guard-Boards schon auf dem Feld echt? zwei Stück schon? zwei Stück, ja einmal der Kommando-Boss und einmal der Mech hat ein Guard-Board oder haben ein Guard-Board der Kommando-Boss hat ein Guard-Board? ja der hat ein Guard-Board der hat sich eingebaut ja, sind zwei Stück auf der Karte unterwegs ich seh die gerade hier echt? jep die nur ein wo der eine ist noch das ist jetzt der andere auch gleich ja ich sag ja zwei Guard-Bots schon oh, da war der Carnifex ist auch fertig Ressourcenpunkt erobert ach, der ist down? der ist fertig so, ja fertiggestellt und der zweite ist gleich aus der Arbeit dafür machen wir aber, oh, nee der geht auf Biozid-Kanone, Rocco der Carnifex das ist böt oh, oh, Panzer hm jetzt sind die Orks ein bisschen voraus, oder? irgendwie, ja weiß man nicht genau wo das ganz gut ist ja, aber aber Guard-Bot da ist es gegen den Guard-Bot ist das gut nein der Guard-Bot ist im Nahkampf und der zweite Carnifex geht auch auf Biozid-Kanone das ist gar nicht so gut da sind die Orks und den Guard-Bots im Vorteil, würde ich sagen oh, Guard-Bot gegen, was sind das? Thermaganten unsere Verbündeten erlangen Fluste wow der hat gerade zwei Stück mit Eimern niedergehauen ja der Guard-Bot zwei Thermaganten getillt und einen Schlag gemacht oh, guck mal jetzt ist es ausgeglichen jeder hat einen Punkt und einer ist neutral Rocco kommt der Panzer wo ist der Panzer? guck Gott ah, nee die Orks nehmen schon wieder einen Punkt ein ah, die nehmen schon wieder beide Punkte ein die Orks oder ne er hat sie neutral gelassen er hat die neutral gemacht und ist abgehauen und ist doch geil und zwei weitere Panzer auf dem Weg und ein Guard-Bot oh, 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 oh oh, oh, oh ein Carnifex und Biozid oh, guck mal Schwarm-Tyrann der Schwami gegen den Guard-Bot aber der Guard-Bot rennt einfach weiter den interessiert es auch jetzt dreht er sie um oh, jetzt ging Venata und die Venata haut schon ab der Venata flüchtet die Orks sind auf Flammenwerfer gegangen mit ihrem Masha-Boys-Roch oh das ist mies die ist aber gut eigentlich ja, das ist mies gegen Tyranin da haben die oh, Guard-Bot gegen Schwami ja, Schwami macht den Fett und da kommt noch ein Carnifex wo ist der oh Gott, der Carnifex Nimi der geht auch weiter der Carnifex lässt sich die stören doch jetzt oh, der Carnifex ist ein Nahkampf das ist mies und Schwami muss flüchten na, was macht der Guard-Bot der steht rum in der Weltgeschichte und wie sieht's mit der Punkte aus aber ist knapper als das letzte Mal und das ist ja, die Chitani-Faxel hier auf der Karte stehen sind unterwegs das ist auch eine Tyranten-Wacher ja, die sind össer oh, ein Guard-Bot ist kaputt und was macht er sich da für ein Pick-up Alter, wie viele Panzer die haben, die auch ja, ne? das ist schon cool das ist schon cool das ist schon cool zwei und der dritte ist unterwegs der dritte ist unterwegs der dritte Panzer oh, oh auch wenn er schon wieder die Türen und ein Pick-up ist unterwegs das ist bitter ja, aber Pick-up nein, und gehen die Thermaganten und Thermaganten, das ist ja gut naja, Pick-up, ne? Pick-up jetzt haben die Tyraninen-Vorteil, Roche sie haben zwei Punkte aber die Orks gehen jetzt zum Gegenangriff lieber Druck-Verstärkung vollständig